Ich gebe das. Ich gebe das. Ich gebe das. Geht vorsichtig da rein und nochmal durchatmen. Das so. Jetzt steht in der Vorschrift, dass da was Gelbes entsteht und das stimmt schon, da sind wir also auf dem richtigen Wege. Jetzt steht in der Vorschrift, dass da was Gelbeschrift. So, das löst sich jetzt schlecht, aber das sollte man gegebenenfalls erhitzen, den Schritt spare ich mir malen, dann gibt man gleich, nachdem das abgekühlt ist, beide Lösungen zusammen. Wie gesagt, man sieht das Becherglas gerade aber nicht in der Kamera, also das tut, was Sie gerade gerüllt haben. Ich muss also ein bisschen weiter hinten experimentieren. Gut, okay, dann mache ich das. Das hätte sich jetzt normalerweise alles klar auflösen müssen, hat es aber nicht. Und wir kühlen mal so ein bisschen runter und in der Zwischenzeit könnt ihr jetzt, nachdem das kühlt, mal tatsächlich zur Entspannung das mal abschreiben. Wir geben dann praktisch nur noch nach beide Dinge zusammen. Gut, jetzt ist damit gelungen. Und dann nochmal die Säure. Danke. 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 Vielen Dank.